Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Banjo-Tui. Wir sind immer noch als kleines, eisiges, äh, Bonneproppen-Schneepal-Dings unterwegs. Und ich hab mir jetzt überlegt, wie ich das eventuell hinbekommen kann, dass wir, äh, da den Schalter drücken, den wir schon die ganze Zeit drücken wollten. Deswegen muss ich nochmal gucken, wie ich da jetzt... Ach, scheiße, da komm ich ja so nicht durch, ne? Da komm ich so nicht durch. Ähm, ich möchte eigentlich da oben zu den Trennplatten. Lalalalalala, dann geh mal eben hier hoch, geh mal eben hier lang, ist mir scheißegal. Ich möchte ja nur... Ne, Quatsch, das war falsch. Vielleicht hier oben lang? Oben lang. Und dann bin ich, glaube ich, schon fast richtig, wo ich eigentlich hin will. Autsch, 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 hör doch auf. Genau, da will ich hin. Ah, ich will nicht... Ja, danke. So, ähm, ich möchte zur oberen Seite. Jetzt hoffe ich, dass es funktioniert. Ich hab mir das lange durchdacht jetzt und, äh... Klappt jetzt so. Oh, klappt nicht. Klappt, klappt nicht. Heiße Scheiße, heiße Scheiße. Ich glaub, das ist unser Tod. Das ist unser Tod, Mann. Wir sind tot, wir sind tot, wir sind tot, wir sind tot. Das überleben wir nicht, das überleben wir nicht. Und das erst recht nicht. Heiße, Scheiße. Autsch. Jetzt sind wir tot. War das dämlich, Mann. Ich will das schaffen. Egal wie lange es dauert, mir egal. Ich will das schaffen. Ich hab, ich hab einen Plan. Ich hab einen Plan. Und... Äh, der Plan ist gut. Also, nach meiner Ansicht nach, ist der Plan gut. Deswegen machen wir uns wieder groß und rollen da hoch und rollen da hoch. Und diesmal wird's bitte klappen, sonst werd ich böse. So, wöp. Halt die Gorsche. So. Ah, ich will da rein. Ich will da rein. Ich will da rein. Ich will da... So, dankeschön. Wieder Vulkan oberseite. Da muss ich einfach ein bisschen langsamer machen. Vielleicht klappt's ja dann. Wäre ja schön. Ein bisschen die Kamera drehen. Wie klar. Da wird man sofort wieder gerempelt. Oh, Vater. Komme ich in einen jetzt hier lang? Oh, Scheiße. Ich weiß gar nicht, ob das vielleicht eine Idee wäre. Oh, Scheiße. Ich glaub nicht, dass ich da hochkomme. Oh, doch, das geht. Oh, Scheiße, das geht. Das geht. Das geht. Das geht. Hopp, jetzt. Komm schon. Jawohl. Ha, ha, ha. Es hat auch so funktioniert. Okay, das war jetzt eigentlich nicht der Plan, dass ich es so mache. Aber es hat funktioniert. Jetzt hatte ich bloß die Hoffnung, dass ich eventuell kurz Schnee finde oder so. Weil ich glaube, mit zwei Leben bin ich einfach zu leicht. Wäre blöd, das wäre blöd. Oder reicht das Gewicht aus? Reicht das Gewicht aus? Guck mal, einfach mal. Ah. Du brauchst mehr Gewicht. Oh, Scheiße. Jetzt habe ich zu viel Leben verloren oder was? Kacke. Kann ich irgendwo mein Leben auffüllen, schnell? Weil wenn ich jetzt da runterspringe, ist es sowieso wieder aus. Kacke. Okay. Scheiße. Okay, müssen wir das Ganze nochmal machen. Aber diesmal funktioniert. Da bin ich mir jetzt sicher. Bin mir sicher, Mann. Diesmal wird es klappen. Diesmal klappt es, Mann. Diesmal klappt es, Mann. So, jetzt. Hallo. So, hallo. Ich würde mich gerne borten. So. Neuer Versuch. Neues Glück. Diesmal schaffen wir's. Diesmal haut's hin. Bitte. Ich möchte nämlich groß bleiben. Egal, was da komme. Ja, 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 ja. Jawohl. Oh, okay. Oh, okay. Okay, okay. Geht doch, geht doch, geht doch. Sorry über meine komplette Freude gerade. Aber es ist wirklich... Es geht. Es geht. Der Scheiß geht. Jetzt aber langsam. Wenn ich jetzt runterfalle, bin ich mir selbst böse. Bin ich mir selbst böse. So, jetzt. Ein bisschen weiter. Jawohl. Mal sollen, ob es unten irgendetwas von Wert gibt. Ich hoffe es ja. Oh, wie schön das Ding läuft jetzt wieder. Kasum. Kasum. Und läuft. Da, 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 da. Da, ich hab's gehört. Da, ich hab's gehört. Da ist ein Puzzle-Low gewesen. Da. Keller. Müllabteilungsanlage. In der Grundsieg GmbH. Hä? Warum auch nicht? Komm ich damit, Benjo, irgendwie jetzt rein oder so? Muss ich einfach mal gucken hier. Fregeln, möchte ich mich wieder zurückverhandeln gehen. Da, 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 da. Äh, humber, humber, war hier unten lang. Hippie, 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 hi Wenn alles gut läuft. Ja. Wee. Jetzt sind wir wieder Benjo. Und Benjo brauche ich jetzt auch alleine. Benjo brauche ich alleine. Mann, Kazui, hau ab. Yeah. Nicht böse gemeint. Und ich glaube, ich weiß sogar, wo der Move ist. Der letzte. Ich glaube sogar, ich weiß, wo der Move ist. Aber muss ich erst mal gucken. Wir haben hier noch zwei... Ah, wir haben hier noch die zwei Babys da zu befreien. Beziehungsweise zu seinem Vater zu bringen. Okay. Vielleicht darf man das auch noch in den Part. Wenn ich im nächsten... So, jetzt möchte ich mich erst mal teilen. Teilen. Danke. Oh, Benjo. Du siehst so fertig aus. Leg dich erst mal ein bisschen hin. Ich habe gesagt, du sollst dich hinlegen. Nein. Falsche. Hinlegen. So, dankeschön. Diese Kasten-Tasten-Kombination jedes Mal. So, passt doch. So. Denn ich glaube, zu wissen, dass... Wir eventuell zu dem komischen Baby da kommen. Zu diesem Alien-Baby. Denn ich glaube, das steht ja... Hockt ja irgendwo oben rum. Ich glaube, das war hier oben. Wenn nicht, dann ist das blöde. War es nicht hier irgendwo? Hä? Ich dachte, das Baby wäre hier rumgehangen. Ähm, Baby. Wo bist du? Ich hätte... War das Baby nicht hier rumgeeiert? Naja. Okay, dann eben nicht. Versuch, was wert, aber... Okay. Dann eben nicht. Legt mich am Arsch. Ich dachte, das Baby wäre hier oben gewesen. Oh Gott. Autsch. Lalalalalalalalalalalala. Jetzt würde ich dich mal... Und da oben habe ich Noten vergessen. Okay. So. Ich hoffe, das funktioniert jetzt, dass wir da hoch können. Oh ja, wunderbar. Funktioniert. Dann habe ich gerne noch hier die Nütchen. Dankeschön. Und zack, hier hoch. Dann kommen wir mit dem Schrumpfsack da vorne durch das Loch durch, das ich gesehen habe. Das ist jetzt die Frage. Sind wir da klein genug, oder? Uff. Das wird knapp. Ja, wir kommen durch. Oh, wie geil. Yes. Yes, Strike. Yei, 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 yei. Keller. In der Grunde GmbH und das 40. Puzzle los. Fehlen nur noch 5 für das letzte Level. Jippie. So, jetzt würde ich gerne wieder raus. Dumm, zidum, zidum, zidum. Wo muss ich denn anlassen? Keine Ahnung, ich lasse ihn jetzt einfach mal an. Komme ich ja am Schluss nicht mehr raus. So. Ah. Wunderbar. Endlich läuft mal was am Schnürchen, so wie ich das will. So halb. Boom. Ah, das Baby war wahrscheinlich hier ganz oben. So ganz oben war das. Wie komme ich denn da ganz oben hin? Wie soll ich denn da hinkommen? Vielleicht mit... Aha. Auf jeden Fall möchte ich jetzt den nächsten Move noch lernen. Wenn ich so auf die Uhr gucke, reicht ja ohne Probleme. Denn diesen Move möchte ich haben. Der ist so geil. Schwups. Ähm. Kasui, sui. I need your help. Sorry für das Gelenke. Liegt da mein Emulator. Da, 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 da. Hoch. Hoch. Dankeschön. Wups. Wups. Wunderbar. Tauschen wir, tauschen wir. So. Kazui. It's your time. Your chance. Your... Du weißt schon, was ich meine. Ähm. Kann man überlegen, wie... Wo komme ich da nochmal hin? Muss ich kurz gucken. Muss ich kurz mal gucken. Das war, glaube ich, eine Ebene höher. Oh. Oh. Hey. Oh, hey. So. Bin ich hier jetzt? Ah ja, jetzt bin ich richtig. Hier wollte ich hin. Ich frage jetzt, ob ich da eigentlich jetzt auch hochkomme mit Kazui. Habe ich das schon mal probiert? Ich weiß nicht. Oh. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. So komme ich schon mal nicht hoch. Egal. Klappt nicht, so wie ich mir das vorstelle. Oh, Kazui. Denn der letzte Move, den wir hier lernen, kann nur Kazui lernen. Deswegen gehen wir mit Kazui auf die lange, beschwerliche Autsch. Reise. Blöp, 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 blöp. Blöp, 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 bl Deswegen, Kessui, Sprung und Landung. Denn hier gibt es den letzten Move. Yeah! Und jetzt ist der letzte Move dieser Welt. Solo-Fu-Zegler, nun hebst du keinen fetten Bär mehr. Durch die Luft zu kleiden ist nicht mehr schwer. Spring nur hoch und halte Z stets. Sogar ganz ohne rote Federn geht's. Das ist dann alles. Weggetreten. Tschüssikowski. Okay, deshalb können wir jetzt einen Segelflug anwenden. Der könnte mir von hier aus... Oh, was ist denn da oben? Da oben ist eine Cheetos-Seite. Da komme ich bestimmt mit Kessui hin. Gucken wir gleich. Das werden wir uns gleich angucken. Jetzt gucken wir erstmal hier rein. Vielleicht bin ich ja noch ein, zwei Puschel los. Wäre geil, oh. Ähm. Eiszapfengrotte? Eiszapfengrotte. Grotte, Grotte, Grotte. So Grottenschlecht. So Grottenschlecht. So Grottenschlecht. Da geht's zur Vulkanseite. Und was ist da unten? Aha. Hier haben wir Eier. Vorne ist ein Loch. Ich würde erstmal das Loch da vorne interessieren. Würde mich interessieren. Wow. Oh, wie cool. Lalalalalala. Da ist sogar ein Chin-Show. Ist sogar ein Chin-Show. Reicht das? Geil. Das reicht. So, ich glaube da drüben war ein Notenschlüssel, ne? Ja, da drüben ist der Notenschlüssel. Den hole ich mir jetzt auch noch. Schön langsam. Ich habe keinen Bock hier zu sterben. Bands. Bands. Genial. Ich bin jetzt wieder da drüben. Kann ich das auch anwenden, während ich... Nö, kann ich nicht. Aber da können wir uns noch weiterhelfen. Für das eine Puzzle, das wir damals in Jolly Rogers Laguna nicht erreicht haben oben. Kann nur dieser Move weiterhelfen. Und hier ist eine... Ah. Sehr fein. Sehr fein. Können wir uns warten. Yay. Äh, Eis-Seite... Untere Ebene Wumba. Da, wo auch Benzo ist. Jetzt bleibe ich erstmal bei Kasul, weil ich will da die Cheetos-Seite gerne haben. Und eventuell da zu dem... Äh, Baby da gleiten. Ne? Da, 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 da gleiten wir mal hier rum. Einfach. Wow. Das macht echt Fun. Das macht echt Fun, mit Kasui hier rumzukleiden. Echt eine geile, geile Sache. So. So, wow. Kasui kommt nämlich da nicht hoch. Ähm. Oh. Die sind da oben eigentlich lang. Na, 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 na. Mal überlegen, was machen wir als nächstes. Ich glaube, ich komm da nicht hoch. Dann brauch ich nochmal die Plop-Schuhe ganz nach oben. Und dann will ich das komische Baby da angucken. Ja, okay, Kasui. Hör auf mit deinem komischen Gefliege hier. Da, 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 da. Blöppi-Schuhe, blöppi-Schuhe. Yeah. Bam, 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 bam. Ja, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. So. Nehme mich doch zum Baby hoch. Egal, was da kommt. So. Bam, 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 bam. Äh, ja, läuft doch. Zack. Kasum. Da geht es wieder Leben. Ich will nämlich da drüben jetzt. Wo war das? Scheiße, jetzt sehe ich es nicht. Ah, da unten. Da möchte ich hin. Segel, mein Freund. Ah, da ist sogar, da ist das Baby. Wäre ich dann noch irgendwie anders dahin gekommen? Ne, ich glaube nicht. Cool, ein Alien-Baby. Mami. Schau mich nicht an, kleines. Mh, so kalt, Mami. Papi, ich nicht mag kalt. Ah, du magst es nicht kalt. Das ist für mich kein Problem. Ähm, ich habe gesagt, das ist für mich kein Problem. Ihm ist kalt. Ich erhitze ihn gerade den Arsch. Und dem Vieh ist immer noch kalt. Wieso? Friere, bitte, Wärme, Baby. Ah, ich weiß. Ah, ah, da ist auch eine Möglichkeit. Na klar, wir hauten uns auf das Baby drauf und brüten. Hört sich zwar etwas pervers an, aber wenn es funktioniert, tue ich das gerne. Nein, so nicht. Wie konnte man nochmal brüten? Ah, genau so. Seitdem wie das das Naturspiele muss ich sowieso da ein bisschen aufpassen. Aber reicht das? Ah, super, mir ist schon mal Zeit heimzugehen. Yes. Haben wir das nächste Baby? Wobei, dann würde ich sagen, machen wir das letzte Baby auch noch gleich. Ähm, wir schon dabei sind. Durch das Zeug da, durch. Ey, das macht echt Fun mit dem Segel da. So rum zu segeln, ist echt funny. Benjo, ich bin wieder da. Jawohl. Oh, das war die Punktlandung. Ist das Ding da unten noch offen? Ja. Jetzt holen wir erstmal wieder Mumbo herbei. Denn der wird dringend gebraucht, wenn wir das letzte Baby retten wollen. Yeah, man, so geht das. Yeah, man, so geht das. Und dann ist der Part auch schon wieder vorbei. Scheiße. Schade. Macht gerade so Spaß. Ja, das macht gerade richtig Fun aufzunehmen. Irgendwie schade, dass gleich der Part schon wieder vorbei ist. Ach, weißt du was? Ich... Keine Ahnung. Na ja, ich nehme einfach weiter auf. Also, der Part wird nicht länger, sondern ich nehme einfach eine Session auf. Und dann setze ich ein bisschen länger hier rum. Aber die Part seht ihr dann übermorgen erst wieder. So. Auf geht's zum Mumbo. Äh, du wieder wollen Mumbo's Hilfe. Ja, bitte. Uuuhu. So, Mumbo. Ich darf noch ein Baby retten. Sofern du Lust hast. Na klar. Yay. Ich finde es immer noch interessant, dass Mumbo einfach hier frei rumlaufen kann, ohne dass Mumbo irgendwas sagt. Ah, doch. Mumbo nicht willkommen. Okay. Jetzt war voll okay, Geathorn. Bin nicht willkommen. Ist ja sehr nett. So. Wie ging es nochmal zu dem Ding? Ich glaube, da oben lang, ne? Genau. Bam, bam. Hätten wir zumindest mal zwei Puzzle los in dem Pfad bekommen. Ist auch schon länger her, dass wir so, so eine Quote hatten. Dam, 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 dam. Mumbo, mach langsam. Mumbo, bitte langsam. Sonst rutschst du ab. Jawohl. So. Hoffen, das funktionieren, Mann. Ikabokab, ikabokab. Für das Alienkind die Lebenskraft. Lebe wieder, mein Freund, lebe. Oh mein Gott, ich lebe. Und ich bin pink. Wer hat mir dieses scheiß Ding angezogen? Danke. Nicht alle Erdlinge. Hirnlos. Na, danke. Schön. Ich bin nicht hirnlos. Yes. Lam, dam, dam, dam. Ah, jetzt haben wir sie alle zusammengefügt. Balabalam, bam, bam. Wurde, gibt's auch ein Puzzle dafür. Wäre schön. Gut gemacht, Erdling. Doch ich muss euch nun alle auslöschen, weil du viel zu lange gebraucht hast. Äh, Kinder, habt ihr irgendwo meinen Laser gesehen? Ach, er ist bestimmt auf dem Schiff. Eure Rasse soll dieses Mal verschont bleiben, Erdling. Tritt zurück. Beam-Sequenz ist initalisiert. Oh Gott, der hat ein Chinchou in der Hand. Oh Gott, wie süß. Der hat ein gelben Chinchou in der Hand. Oh, wie knuffig. Und jetzt hebt ab, meine Freunde. Und wehe, ihr lasst mir kein Puzzle, oder? Dann verfolge ich euch bis in die Galaxis. Yes. Da freut sich der Sebi drüber. Auf, Mumbo. Hol dir... Äh, ich wollte zwar nur das Puzzleteil, aber... Egal. Wo ist es eigentlich? Ah, yes. Yes. Da, 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 bam, bam. 41. Von dem her, würde ich sagen, werde ich hier auf dem Part wetten, meine lieben Freunde. Wieder mal für Humba-Boombas Zelt. Der Part war eigentlich sehr erfolgreich. Wir haben einen neuen Move gelernt. Wir haben zwei Puzzle los. Hat doch geklappt. Von dem her, ich hoffe, im nächsten Part geht es genauso weiter. Man sieht sich das nächste Mal wieder. Bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal. Euer Sebi. Over and out. Ich bin einig, ich bin einig, ich bin einig.